Der Industriepark Oberelbe. Eigentlich sollten hier schon 2026 die ersten Unternehmen arbeiten, die Kommunen Pirna, Heidenau und Donau mit ihren ersten Steuereinnahmen rechnen. So die Vision 2018, als der Zweckverband für den IPO ins Leben gerufen wurde. Die Realität aber, sieht anders aus. Der geplante Großindustriepark entlang der B172a hat viele Baustellen. Die größte ist die Kostenexplosion. Mit dem Fortschritt der Planung für das Bebauungsplangebiet 1.1 sind wir letztendlich da gelandet, wo wir davon ausgehen müssen, dass der erschlossene Quadratmeter Gewerbefläche dann jetzt irgendwo in dem Bereich von 200 Euro liegen wird. Also im Vergleich von 69 Euro auf 200 Euro für den erschlossenen Quadratmeter Gewerbefläche. Das ist schon eine verdammt hohe Steigerung. Kostentreiber sind laut Aussage des Zweckverbandes Vorsitzenden vor allem die Auflagen. Allzu oft gehen die zuständigen Behörden von den Maximalforderungen aus. Zur Wahrheit gehört auch, dass die Anforderungen an dieses Gewerbegebiet gestellt worden sind in den letzten Jahren erheblich zugenommen haben. Ich hatte jetzt das Thema Grünbrücke, das Thema Abfahrt nur genannt, aber es gibt ja weitere Anforderungen. Das Thema Niederschlagswasser, Abwasser, Trinkwasser, Elektroheranführung des Stroms. All diese Dinge, die haben sich natürlich, in den letzten Jahren mit der Konkretisierung der Planung wesentlich auch konkretisiert, aber eben konkretisiert im Sinne, dass tatsächlich dann jeder eine Vollkostenrechnung gemacht hat und wir dann tatsächlich in diesen Größenordnungen angekommen sind. Wie nun weiter mit dem geplanten Industriepark Oberelbe. Keinesfalls wollen die Befürworter das Projekt stoppen. An der Idee halten sie weiter fest. Vielmehr richte man die Strategie neu aus. Deshalb sehen wir jetzt unseren Weg darin, uns auf die Schaffung vom Baurecht zu kaprizieren. Im Bebauungsplan 1.1 mit den 86 Hektar sind wir kurz vorm Zieleinlauf. Für das Vorzugsgebiet auf Pirnaer Flor rechne man im ersten Quartal 2025 mit Baurecht. Gleiches Ziel verfolgt der Zweckverband nur zeitversetzt auch für das Baugebiet 1.2. Sind die Unterlagen in der Tasche, wird es keinen weiteren Alleingang geben. Für Erschließung und Fachplanung sowie den vollständigen Grundstückserwerb braucht der Zweckverband feste Partner. Unsere Möglichkeit der Finanzierung beziehungsweise Refinanzierung sind ganz andere als das dann konkrete Wirtschaftsunternehmen machen kann oder aber die der Freistaat machen kann. Wenn der mit der speziellen Förderung von Unternehmen, die er auf dieser Fläche sehen will, da spielen ganz andere Beträge auch in der jüngsten Vergangenheit eine Rolle. Heißt im Klartext, erst wenn der Investor feststeht und der Freistaat Sachsen sein Förderangebot erweitert, wird der IPO realisiert. Aber wir streben natürlich an mit dem Freistaat, der ein Interesse daran hat, dass es große Flächen noch gibt im Großraum Dresden, dass er sich da wesentlich mehr finanziell engagiert, als das über die GRW-Förderung der Fall sein kann. Und wir werden sehen, wie spezifisch die Anforderungen eines Investors, also eines Industriebetriebs sind. Und wir werden dann mit dem Industriebetrieb natürlich auch verhandeln, welche der Auflagen er selbst finanziell stemmen will, wenn er also sein Betriebsgelände sozusagen einrichtet, ob dann der geforderte Grünstreifen um das Fabrikgebäude herum dann nicht auch von ihm selbst hergestellt wird. Rund sechs Millionen Euro sind bisher in die Planungen für das Projekt Industriepark Oberelbe geflossen. Getragen wird diese Summe anteilig von den Kommunen Pirna, Heidenau und Donau. Dass deren Umlage dicht maßlos strapaziert wird, auch daran wurde beim Strategiewechsel gedacht. Sodass es so aussehen wird, dass der Haushaltsplan für den Zweckverband für die Jahre 25 und 26 zu wesentlichen Teilen keine Investitionen enthalten werden. Und damit eben auch keine weiteren größeren Kreditaufnahmen. Es sei denn, die werden für den Grunderwerb noch benötigt. Aber ansonsten werden wir dort längst nicht mehr so viel Geld, also längst nicht so viel Geld in die Hand nehmen, wie das vielleicht vor drei Jahren noch mal so beabsichtigt gewesen ist. Beim geplanten Ipo gibt es kein Weiter-So. Ob die neuen Ideen des Zweckverbands getragen werden, entscheiden letztendlich die Stadträte. In Pirna gab es zuletzt erstmalig ein Zögern. Das Projekt, es wackelt.